und damit ein herzliches willkommen zurück zu beyond two souls wir sollen jetzt den geteilten baum finden der muss ja hier in der nähe sein beiden geht grad nicht weil die kameraführung ist echt scheiße und da kommen wir glaube ich ich habe es im richtigen weh höre ich ein flüstern die teufelsvolk der platz aus meiner vision der geteilte baum die holen ist ein symbol das könnte ein menschen darstellen da die beine es ist nichts hier das ist ein schutzsymbol was ist das die existenz das ist sie trugen diese rituellen masken die 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 Gut, dass das Eid war. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Der hat keinen Talisman. Der hat keinen Talisman. Der hat keinen Talisman. Ich denke... Das ging alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman vorzeigen. Vielleicht weiß er was. Ich glaube, ich weiß, wer das Baby war. Hä? Da ist die Ranger. Es gibt doch überhaupt keinen Sinn. Gut, außerdem... Naja. Sagen wir überhaupt jetzt schnell da hinrein? Aaaaaaah! 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 Er kam mitten am Tag. Wir wollten zurück ins Haus. Aber Paar! Paar, Schuhe, nur den Wagen! Die Existenz kommt zurück. Wir müssen wieder ins Haus. Ich glaube nicht, dass das hilft. Es gibt etwas, was wir tun können. Mein Vater hat recht gegen Geister. Kann man nicht kämpfen? Nein. Ach Gott . Hä? Alter! Ich will da hoch. Spiel! Was soll der Scheiß? Wir müssen mit dir reden. Die Decke. Sie ist es. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Der fünfte Talisman. Damit fing alles an. Ich muss gut aufpassen und jedes Detail behalten. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Ah! Eure Vorfahren... Sie riefen Jeizu her. Sie... Sie waren verloren. Voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermauligen und Rache zu üben, aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig, hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren, sie sind die Wächter rund um euer Haus. Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit haben. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Prokals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lange keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen! Wo denn? Wo sollen wir jetzt vorbereiten? Draußen? Drin? Ich gehe mal davon aus, dass sie raus sollen. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Na, eben doch. Ich weiß zwar nicht, wie sie so ein Feuer anmachen will, aber... Okay. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Benzin. Ja, natürlich. Sie hat eine sehr, sehr junge Stimme, muss ich sagen. Aber gut, wer 30 Jahre nichts sagt... Äh, 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 äh... X. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizin-Männer stand. Aber eine fehlt. Wir sind wohl zu viel! und fünf Talismanen und fähre die fünf Seelen zum Arzt von des Rituals War Eignisse Was ein Gehen, gehen wir doch alles raus Fuck Fuck, da fehlt noch eine Sehne Das war's Wir haben die fünf Seelen Schimmazani, fang sie jetzt mit der Gesetze an Das Portal ist jetzt auf, Jodie Du hast es Du hast es Du hast es Du hast es WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, reiche! Hier, rennt zurück in den Angelegenen. Ja, lass die Oma auf dem Boden liegen. Jodie! Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Gut, dass sie eine Frau ist. Deutsch ist das geweihtes Land. Gut. 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 Oh, das ist schön. Paul hat es nicht geschafft. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Ich hätte Paul retten können. Ich weiß es. Es ist nicht deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimasani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Das Motion Blur ist echt sch... Ich weiß es. Ich weiß es. Entschuldigung. Ah, Mann, Mädel... So... 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 Wirst du mich verarschen. Jetzt klettert er doch mal da hoch. So... 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 Hä? ach jetzt geht es klar ich kriege ehrlich gesagt kriege ich nicht mal mit dem feuerzeug so viel licht hin wie die das manchmal hinkriegen in spielen aber gut was zum das waren wir oder auf jeden fall so wie wir und der schluss steht also fest du verlässt uns es gibt dinge um die ich mich kümmern muss dinge aus meiner vergangenheit und ich glaube ich bin jetzt bereit dafür du hast viel für uns getan für uns und für unseren ganzen stamm wenn du nicht findest was du suchst komm wieder her du hast hier immer ein zu hause ich werde dich vermissen ich dich auch ich werde dich nie vergessen ich werde dich nie vergessen ach was willst ach was willst du hast nicht gedacht du müsstest laufen oder ach hat ziemlich gedauert aber ich habe es zum laufen gebracht ist eins na los sie ist als kleinen dank an das ist ja nicht unser erstes moped wird hat das haus erkundet habe ich doch gut dann nicht doch ja doch da wo der fall ist das haben wir gemacht genau motorrad nicht repariert ach man konnte das motorrad reparieren das wusste ich nicht jay die wahrheit gesagt ja das haben sowieso auch überhaupt das motorrad reparieren ich glaube es hat 92 prozent haben das nicht gemacht also ich glaube keiner wusste das ist ritual abgeschlossen nach draußen gegangen von geistern gerettet worden paulen nicht gerettet also doch hätten haben wir gemacht sehr schön ja und das war's für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin